Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen beim Ankündigungsvideo, wo ich über meine Haare reden werde und dass sie heute schlecht gefallen sind. Jetzt, wo wir dieses Problem gelöst haben, werden wir darum reden, worum es überhaupt geht heute. Jedenfalls, es geht generell um Gamer for Charity und zwar wären wir am 4.7.2015 von 12 bis 12 Stream. Wer sich nur erinnern kann, wir haben früher einen Spendenstream gehabt fürs Regenbogensland. Das war dann damals dieses Dr. Proof braucht Geld für ein neues Handy, weil es kaputt gegangen ist in lauter Abkürzungsbuchstaben. Ich würde es niemals nochmal auf die Kette kriegen jetzt. Und diesmal machen wir das Ganze unter dem Namen Gamer for Charity, wo wir im ersten Schritt, das ist das erste Infovideo von mehreren, die noch folgen werden, es erstmal um euch geht. Denn generell 12 Stunden sind eine lange Zeit und dementsprechend geht es natürlich darum, was sollen wir überhaupt in 12 Stunden Spielzeit machen. Dementsprechend frage ich erstmal euch, welche Spiele euch interessieren und was ihr gerne sehen wollt. Dafür könnt ihr in der Beschreibung und in meinem ersten Kommentar unter diesem Video, unter dem Link, einfach frei Schnauze ein Spiel reinschreiben und an mich schicken, was ihr euch wünschen würdet an dem Tag zu sehen oder zu spielen. Wir werden immer wieder zwei Stunden Zeitfenster haben von Spielen, also zwei Stunden, dann wieder eine kleine Break, zwei Stunden Break, zwei Stunden Break und nebenbei für das Projekt sammeln, was ich die Tage auch noch vorstellen werde. Aber das ist jetzt erstmal als erster Schritt. Also erstmal danke für eure Unterstützung und dafür, dass ihr hoffentlich auch beim Gamer for Charity Stream dann dabei sein werdet am 4.7.2015 von 12 bis 12 Uhr. Also 12 bis 24 Uhr kann man besser sagen. Weil 12 bis 12 könnt ihr auch sein, wir fangen um 12 Uhr nachts an oder von 0 Uhr, nein 12 bis 12 einfach. Und in dem Sinne, bis dann, euer Doc.